Hallo Sammelfreunde, ich begrüße euch zum dritten WM-Sticker-Orakel des heutigen Tages, bei dem im Khalifa International Stadium die beiden Sieger der Auftaktmatches in der Gruppe A aufeinandertreffen die Niederlande und Ecuador. Wir wollen mit Hilfe der Panini FIFA World Cup Katar 2022 Sticker, versuchen den Ausgang dieses Spiel zu prognostizieren. Dafür haben wir insgesamt 30 Sticker in diesen sechs Stickertüten, drei für jede Halbzeit und wir legen direkt mit Stickertüte Nummer 1 los und finden Sakny aus Tunesien, Ricardo Pepi USA, Milikovic Savic Serbien, das Team von Ghana und Anthony Robinson für die USA. In Päckchen Nummer 2 befindet sich Luca Modric von Kroatien, Jeremy Doku von Belgien, Kalisade Iran, Giorgino Van Aldo für die Niederlande und nochmal die Niederlande mit Frenkie de Jong. So und da hier gerade die Niederlande spielen, sind das natürlich zwei Treffer für die Niederlande. Da sollte man beim Orakel natürlich schon darauf achten, welche Teams gerade am Start sind. Die Niederlande also direkt mit einer deutlichen Führung im ersten Durchgang und wir schauen mal, ob vor der Pause noch was passiert. Wir finden im nächsten Päckchen Kano aus Saudi-Arabien, Kevin de Bruyne Belgien, Mithoma für Japan, Vittoria Kanada und Giorgente für Spanien. So 2 zu 0 der Pausenstand, jetzt kommt Durchgang Nummer 2 mit Madibo aus Katar, dann haben wir Berezinski Polen, das Team von Wales, Maie für Marokko und Aaron Mui für Australien. Päckchen Nummer 5 und jetzt muss von Ecuador langsam was kommen, wenn sie in dieses Spiel zurückfinden wollen. Wir haben zunächst Jo für Südkorea, Bahokko für Kamerun, Milikovic Savic, Serbien, Valverde Uruguay und Torgan Hazard für Belgien. So jetzt wird schon richtig schwierig, da wir nur noch sechs Sticker haben. Aber die werden direkt genutzt vom Team aus Ecuador und Alan Franco, der den 2 zu 1 Anschluss Treffer markiert. Dann haben wir Borjan für Kanada, Kuki für Katar, Jakub Moder für Polen und der letzte Sticker ist von Cezo Borges aus Costa Rica und das reicht damit für den 2 zu 1 Erfolg der Niederländer über Ecuador. Euren Tipp für dieses Spiel jetzt gerne noch unten ins Kommentarfeld. Lasst gerne auch noch ein Like für dieses Video da, also nochmal aufs Däumchen nach oben drücken, wenn ihr da bisher nicht dran gedacht habt. Und alle, die sich bereits eins der kostenlosen Kanalabos gesichert haben, seht ihr dann zum letzten Orakel des heutigen Tages wieder. Bis dahin, macht's gut, tschüss!